Du warst nicht vorbereitet! Dass wir da ein paar unterschiedliche mit dabei haben und die könnt ihr wie gesagt mit minimalem Zeitaufwand einfacher farmen. Die einzige Voraussetzung ist, dass ihr mindestens Stufe 60 seid in Shadowlands aktuell. Wenn ihr das erst mit Dragonflight macht, dann natürlich noch leichter das mit Level 70 abzuschließen, aber jetzt mit Level 60 schauen wir uns gleich mal ein paar Reittiere an. Eins habe ich noch vergessen, denn das sollte auch erwähnt sein. Das Video hier natürlich wird ein bisschen kürzer gehalten. Solltet ihr wirklich irgendwo Probleme haben und gewisse Dinge nicht verstehen oder finden, dann findet ihr in der Videobeschreibung unten meistens für die meisten Reittiere dort nochmal verlinkt eine extra Guide, wo das dann detailliert beschrieben ist, wenn ihr zum Beispiel nicht genau wisst, wie man durch den Dungeon durchkommt oder sonst was. Denn hier überfliege ich das nur, das soll ja nicht irgendwie so ein 3 Stunden Video werden. Und damit kommen wir auch schon zu Reittier Nummer 1 und eigentlich auch mein persönlicher Favorit von den ganzen Reittieren hier drinnen und das ist der Glimmernde Glutwurm. Der Glimmernde Glutwurm, den gibt es in der Karazhan Variante aus Legion. Dieser droppt zu 20% wenn ihr alleine drinnen seid. Für jeden Spieler mehr wird die Droprate um 20% erhöht. Das heißt, wenn 5 Leute drinnen sind, die allesamt das Reittier nicht besitzen, dann ist er zu 100% drinnen. Wenn zum Beispiel jetzt 5 drinnen sind und einer hat es, dann ist er zu 80% drinnen und so weiter. Das heißt, wenn ihr das alleine farmt, dann habt ihr jede Woche eine Chance von 20% das Reittier zu ziehen. Denn ihr könnt nur einmal pro Woche reingehen und zwar wo rein? Ihr müsst ihr euch in die östlichen Königreichen begeben. Dort befindet sich hier zwischendrin der Gebirgspass der Totenwinde. Hier wiederum befindet sich Karazhan. Karazhan könnt ihr hier einfach nach oben fliegen, denn ihr dürft die zwei Parts nicht verwechseln. Hier links unten ist der Eingang ins alte Karazhan. Der interessiert uns nicht. Und so interessiert hier oben der neue Eingang. Wichtig ist auf euer Porträt zu drücken und dann hier Schwierigkeitsgrad und mythisch einmal einzustellen. Mythisch könnt ihr nur einmal die Woche gehen. Das heißt, ihr könnt alle sieben Tage euer Glück hier probieren. In der Instanz angekommen, sollte das Ganze nämlich fix gehen. Sobald ihr Tür aufgemacht habt, fängt der Timer auch schon an und dann lauft ihr einfach rechts den Weg entlang, solange bis ihr beim ersten Boss ankommt. Beim ersten Boss angekommen, müsst ihr hier einmal mit Barnes sprechen. Dann könnt ihr hier einmal die Textoptionen durchklicken. Dann kommt ein coolstes RP-Event. Sollt ihr natürlich nicht in der AFK gehen, sondern direkt den Boss umhauen, wenn er da ist. Und dann geht es hier durch die Tür weiter, sobald der Boss tot ist und einmal unten rum. Denn wenn wir uns umdrehen, dann sehen wir schon das Objekt der Begierde, das wir hier brauchen. Und das ist dieser lila Kristall auf der anderen Seite. Dafür müssen wir aber einmal unten rum, dann hier wieder hoch. Und dann können wir uns den Kristall dann vorne gleich snacken. Und oben angekommen, ganz ganz wichtig, gilt zuerst hier ein paar Gegner in der Nähe. Nicht, dass ihr die dann aggroht und dann bricht die ganze Kanalisierung ab. Das sollte nicht passieren. Das heißt, ihr geht zu diesem Kristall hin, Hand weg von der Tastatur, nur einmal draufdrücken und schaut, dass die Kanalisierung, also die Kasper hier komplett beendet. Das erkennt ihr daran, dass hier rechts oben in der Buff-Leiste dann Medivs Echo aufscheint. Wenn das passiert, geht es weiter. Und zwar laufen wir dann hier entlang weiter. Und zwar bis vor die Might in diesen Raum hier einmal rein. In dem Raum vor der Might angekommen hier, sehen wir auf der linken Seite neben dem Pad den nächsten Kristall. Und auch hier, wenn er Hand weg von der Tastatur einmal draufklicken, ist nur, dass er nicht aus Versehen irgendwie dann movt. Denn sonst kriegt er natürlich das nicht. Und dann sollte hier eine 2 mit dabei stehen. Und als nächstes haut ihr ganz kurz die Might um und lauft dann zurück hier einmal in die Nähe des großen Ballsaals. Denn wieder hier zurück oben, dann sehen wir hier auch schon in der Nähe vom großen Ballsaal. Jetzt stehen wir hier oben, dann können wir hier nämlich einfach einmal runterspringen. Und da sehen wir schon Morose als nächsten Boss. Den wollen wir natürlich gleich snacken, denn hinter ihm befindet sich der nächste Kristall. Ganz wichtig, wenn Morose besiegt wurde, lässt er auch einen Schlüssel fallen. Der kann ab und zu mal unter ihm liegen, deswegen ein bisschen rumschauen. Schlüssel ebenfalls einmal anklicken, schauen, dass er geplündert wurde, damit der Schlüssel hier einmal verschwindet. Den braucht ihr nämlich. Und den Kristall brauchen wir auch wieder. Hand weg von der Tastatur und wieder einmal draufklicken. Und dann sollte hier oben gleich wieder der Buff auf die Nummer 3 switchen. Das heißt, jetzt haben wir hier 3 Aufladungen. Jetzt steht es euch frei. Ihr könnt entweder über die Stelle hier einmal runtergehen oder ihr lauft einmal hier die Stiege runter. Das könnt ihr dann frei entscheiden. Dann kommen wir nämlich beim eigentlichen alten Eingang an. Und das ist hier, sehen wir schon, der Stall mit Atomen, dem Jäger. Und jetzt habt ihr sogar die Chance auf noch ein Reit hier, einfach nebenbei. Denn wir sehen ja schon, wir haben 18 Minuten für den Speedrun gerade hier Zeit. Das heißt, wir könnten hier in die Stelle einmal reingehen. Und dann könnt ihr hier nochmal das Glück probieren. Denn der Gute kann hier Mitnacht droppen. Das ist genau das Ding, auf dem er hier gerade sitzt. Ein sehr, sehr schickes Pferd. Allerdings natürlich eine niedrigere Droprate. Sollte nur am Rand erwähnt sein. Und wenn ihr schon da seid, ihr seht, wenn ihr den killt, dann kommen natürlich hier die ganzen Trashmops an. Aber die sollten eigentlich kein Problem sein. Wenn ihr euer Glück bei Mitnacht versucht habt, dann dreht ihr einmal um. Und dann könnt ihr hier einfach durch den kompletten Keller einmal durchlaufen. Und zwar bis hier oben hin unter dem Karasan-Schild. Denn wenn ihr hier angekommen seid, dann seht ihr hier in der Mitte gleich den vierten Kristall. Das heißt, auch den wieder einmal anklicken. Schauen, dass ihr gerade von Nix Aggro habt. Und natürlich schauen, dass hier der Buff auf die Nummer 4 nach oben geht. Wenn ihr das habt, dann sicherstellen, dass ihr nicht im Kombi seid. Wenn ihr im Kampf seid, könnt ihr nämlich das Portal nicht benutzen. Und ansonsten könnt ihr hier hinterbei gleich einmal das Portal anklicken. Das Portal angeklickt, sehen wir direkt wieder beim Eingang, wo wir eigentlich angefangen haben. Und diesmal geht es nicht rechts, sondern einmal links hoch. Und ihr folgt einfach der kompletten Treppe oder dem kompletten Gang bis ganz nach oben. Bis er beim Boss ankommt, der sich der Kurator nennt. Da kann man sich eigentlich gar nicht verlaufen. Sondern man folgt, wie gesagt, einfach den kompletten Weg nach oben. Oben angekommen, sehen wir hier den Kurator. Und den Kurator müssen wir einmal kurz töten. Denn wenn er stirbt, dann fällt zu seinen Füßen hier der letzte Kristall. Und hier soll er sicher gehen, dass er halbwegs schnell unten sein könnte. Ich meine, da muss man jetzt nicht so schnell sein. Aber klickt den Kristall einmal an. Dann kriegen wir nämlich nicht mehr hier den Buff hier einmal nach oben. Sondern wir kriegen einen neuen Buff. Und von jetzt an habt ihr 5 Minuten, wieder alles zurück runter zu laufen. Das heißt, geht wieder dorthin, wo wir eigentlich in den Dungeon rein sind. Also einmal den ganzen Weg wieder runter. Ihr seht schon, Eingangstür ist wieder hier. Wir waren einmal rechts, wir waren einmal links. Wir gehen aber nochmal links. Denn jetzt ist hier unten einmal auch schon die Tür offen. Das heißt, wir können hier bei der Tür einmal durchgehen. Da gehen wir nicht runter, sondern wir laufen einfach hier den Bogen lang. Und da sollte sich gleich der Geist von Medivh befinden. Und den können wir jetzt anreden. Und wenn er ihn anredet, dann habt ihr es eigentlich schon geschafft. Denn dann fängt das Event an. Ihr solltet einen Erfolg kriegen. Und nach ganz kurzer Zeit, da ist hier so ein RP-Event. Seht auch vorne den Drachen. Dann spawnt hier der Boss. Und nach dem RP-Event, wenn ihr alles richtig gemacht habt, der Buff spielt dann keine Rolle mehr. Sondern Schrecken der Nacht steht einfach da. Den könnt ihr umhauen. Und wie gesagt, habt dann eine 20% Chance, wenn ihr alleine drinnen seid, dass sich hier das Mount drinnen befindet. Jetzt gibt es gleich zwei Reittiere auf einmal. Und zwar ist das einmal der Eisen beschlagene Protodrache. Und einmal der rostige Protodrache. Beide gibt es aus der Raid-Instanz Uldur. Das heißt, das nächste, was ihr machen wollt, das ist erstmal euch nach Nordend begeben. Ist das Gebiet hier ganz oben. Dann in die Sturmgipfel. Und in den Sturmgipfeln selber findet ihr hier die Raid-Instanz Uldur. Könnt ihr einfach ganz einfach vorne reinfliegen. Was wir in dieser Raid-Instanz machen, das ist der Schlagzugserfolg Ruhm des Schlagzeuglers von Uldur. Und der ist sehr, 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 sehr einfach. Und ihr kriegt gleich beide Reittiere mittlerweile als Belohnung. Ich gehe auf die meisten Achievements, fliege ich einfach nur drüber. Das heißt, ich erkläre euch wirklich im Sekundentakt, was ihr dort machen müsst. Wenn ihr Probleme habt, durch die Instanz zu finden, findet ihr in der Videobeschreibung sonst eine Solo-Guide verlinkt. Das Erste, was ihr macht, wenn ihr in die Instanz reinkommt, ist ganz, ganz wichtig. Hier mit dem Bewahrer der Lehren von Norganon reden. Könnt ihr einmal alles aktivieren. Und dann geht es gleich nach vorne zum ersten Boss. Könnt ihr euch entweder eine Maschine nehmen oder auch zu Fuß gehen. Denn mittlerweile kann man den Trash hier auch ganz easy zu Fuß klären. Und dann kommen wir hier zum Flammenleviathan. Wenn ihr alle Gegner vorm Tor gekillt habt, fährt er nach kurzer Zeit ja auch schon raus. Und mittlerweile kann man den auch ohne Fahrzeug easy down kriegen. Selbst ohne viel Gier. Und dann sehen wir schon, hier gehen die Erfolge auf. Und Orbitale Überwachung ist der, den wir schlussendlich, beziehungsweise Orbitales Inferno ist der, den wir schlussendlich brauchen. Und den kriegen wir einfach hier mit dem Speedkill. Ignis, Meister des Eisenwerks. Auch hier wieder ganz einfacher Speedkill. Denn hier ist das Achievement, ihn in 5 Minuten zu legen. Und auch das schaffen wir natürlich mittlerweile easy peasy. Jetzt kommen wir allerdings zu Klingenschuppe und dem, ja, Achievement, wo die meisten Leute immer strugglen. Das ist der Erfolg, wo die meisten immer, ja, sehr viele Probleme haben. Das ist Eisenzwerge gut durch. Dafür zieht er als allererstes eure komplette Ausrüstung aus. Das heißt, dass ihr wirklich hier 0 Item Level habt. Alles aus, außer zum Beispiel Wappenrock und T-Shirt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das zweite, was er macht, ist, dass ihr ihn hier gleich mal anredet. Sagt einfach hier, wir sind bereit und dann könnt ihr zum Beispiel hier euch einen Timer holen. Und dann könnt ihr erstmal für circa 5 bis 6 Minuten AFK gehen. Denn ihr müsst erstmal warten, bis genug von den Mobs gespawnt sind überhaupt. Wenn die 5 Minuten oben sein, dann könnt ihr wieder zurück zum PC hier einmal. Und dann seht ihr schon, die 4 Harpunen sollten alle stehen. Ein paar Zwerge verprügeln euch hier. Und ein paar laufen euch gar nicht hinterher. Das heißt, was wir zuerst machen, sind die hier einsammeln. Und dann müsst ihr schauen, die mit den Ächsen brauchen wir unbedingt. Die restlichen sind eigentlich ziemlich egal. Müsst ihr dann halt auf jeden drauflaufen, weil die sind ein bisschen blind mit Level 60. Bloß, dass die einen gar nicht mehr wirklich wahrnehmen. Deswegen einfach mal ganz gechillt auf jeden drauflaufen. Wenn ihr alle eingesammelt habt, dann zurück zu den Harpunen. Und was noch selbsterklärend sein sollte, natürlich keine Talente picken, die irgendwie passiv Schaden machen, als Truide, Dornen, Ranken oder so irgendwas, was Backdamage macht. Sonst stirbt natürlich währenddessen alles. Ihr könntet auch zur Sicherheit zum Beispiel die vorne, könnt ihr dann auch noch einsammeln, wenn euch wirklich unsicher seid, ob es genug Zwerge sind. Aber wie gesagt, ab 5 Minuten soll es reichen. Ansonsten könnt ihr die halt auch noch einsammeln oder könnt noch länger warten. Und dann die Harpunen einmal anklicken. Und jetzt kommen wir zum kritischen Part, denn wir dürfen nicht kritten. Wir müssen alle Harpunen anklicken und dafür sorgen, dass Klingenschuppe an den Boden gebunden bleibt. Das schaffen wir, indem sie 50% erreicht. Das heißt, Auto-Hitten. Und dann schauen wir, 40k macht ein Auto-Hit. Und 50% sollten wir erreichen, wenn wir das erreicht haben. Escape drücken, denn dann visiert er automatisch ab. Und auch von hier an braucht er eigentlich nur noch stehen bleiben, denn ihr seht schon, zack, alle Zwerge direkt down am Breath. Eisenzwerge gut durch. Sehr einfaches Achievement mittlerweile. Ein Auto-Hit macht normalerweise 42.000 Damage. Die sichere Variante wäre, mit einem Level 50er zu machen. Da ist es komplett free mit den Auto-Hits. Aber Level 60 geht natürlich auch. Wie gesagt, non-Krit 42.000 Damage, Krit 80.000 Damage. Deswegen sehr gut aufpassen, dass er dann nicht aus Versehen weiter reinbeugelt. Dann habt ihr den Erfolg, Boss killen und weiter geht's. XD-Dekonstruktor müsste ebenfalls erstmal kurz nackig bleiben. Das heißt, alles nach wie vor ausgezogen. Und dann gehen wir hier wieder hin und hauen mit der Faust einfach ein bisschen drauf ein. Solange er bis zu ca. 70% erreicht, dann kommt hier nämlich in der Mitte einmal das Herz raus. Und das Herz, das müssen wir killen. Und danach können wir ihn eigentlich so schnell es geht umhauen. Das heißt, wenn das Herz hier rauskommt, können wir eigentlich jetzt einfach für eine Waffe gehen. Schauen wir mal im Inventar vielleicht irgendwas anziehen. Vielleicht eine Zweihandwaffe und dann können wir das Herz hier einmal aus dem Leben ballern. Ist das Herz down, dann könnt ihr auch den guten Boss einfach aus dem Leben ballern. Denn damit haben wir eigentlich den Erfolg auch schon erfüllt. Manchmal kriegt man es auch einfach mit beim Speedkill, aber das ist halt die sichere Variante. Nach dem guten XT portet ihr euch in die Vorkammer von Uldur. Und dann geht ihr links rum zur Versammlung des Eisens. Versammlung des Eisens, Erfolg ganz einfach erklärt. Stahlbrecher muss als letztes sterben. Das heißt, nicht unbedingt AOE verursachen, sondern wir gehen uns als erstes hier Brunndir killen. Den brauchen wir einfach nur einmal Attack und dann unterbrechen, damit er direkt stirbt. Dann killen wir hier den guten Mollgeim. Wenn der tot ist und hier zwei Buffs sind, dann können wir ihn killen. Und damit haben wir den Erfolg erfüllt. Kologan ist der Nächster auf unserer Liste. Das heißt, geradewegs weiter hier wieder zurück von der Versammlung des Eisens. Kologan, der Boy hier mit den riesen Händen und hier die Hände zuerst killen. Das heißt, Hände anvisieren. Ihr seht ja hier drei verschiedene Ziele. Zuerst eine Hand anvisieren, dann hauen wir ihm die erste Hand runter, hauen ihm die zweite Hand runter. Sind beide down, können wir ihn killen und das war schon der Erfolg. In der Mitte wartet dann Auraya auf uns. Die läuft die die ganze Zeit hin und her und hier einfach nicht die Katzen töten, sondern nur sie anvisieren. Schaut, dass er keinen AOE verursacht, sondern einfach nur einmal sie töten. Und damit haben wir auch hier den Erfolg. Die nächsten Erfolge brauchen wir nicht weiter erklären. Ihr könnt dann einmal weiter gehen nach rechts zu Hodia. Hodia ist einfach Speedkill, habt ihr sowieso mit dabei. Thorim, auch hier werdet ihr den Hebel andrücken, einmal vorbeilaufen. Thorim killen, ebenfalls Speedkill. Freya, auch hier bei Freya, nicht den Trash außen killen, also die großen Bäume alle leben lassen. Direkt nur zu ihr killen, wieder Speedkill und das nächste Mal sehen wir uns beim guten Mimiron. Wenn ihr oben also alles besiegt habt, findet ihr vor dem Eingang Richtung Freya einen Teleporter. Dort geht es zum Funken der Imagination. Das ist nämlich hier der Platz, wo sich Mimiron befindet. Ganz, ganz wichtig, nicht durch die Mitte durchlaufen, dass wir dann aus Versehen ihn hier aktivieren, sondern am Rand halten. Denn ihr müsst hier diesen riesengroßen roten Knopf drücken, anschließend kurz warten, bis alles anfängt und dann ganz einfach den Boss besiegen. Damit habt ihr den nächsten Erfolg hier. Habt ihr Mimiron besiegt, dann könnt ihr euch wieder zum zerschmetterten Gang teleportieren oder aber auch zu Freya, je nachdem was ihr lieber wollt. Und dann könnt ihr hier einmal links rüber laufen zur Halle der Erinnerung und damit im vorletzten Boss. General Wetzax Achievement ist sogar relativ simpel auch, denn man läuft in den Reihen, nicht anhitten, sondern einfach nur reinlaufen, damit ihr Aggro zieht. Und wenn ihr Aggro habt, dann könnt ihr auch hier wieder ein Weilchen AFK gehen, denn wir warten hier so lange, bis der große Saronit Animus spawnt. Und nach ein paar Minütchen, da seht ihr eh die ganzen Texte aufblitzen in der Mitte. Der Boss selber ist dann sogar immun gegen Schaden oder beziehungsweise 99% Schild und der Saronit Animus stürmt auf uns zu. Alles, was wir machen müssen, ist den Animus töten und dann den Boss töten. Damit haben wir den Hartmut abgeschlossen und auch den Erfolg dafür. Letzter Boss ist Jogsaron. Jogsaron Erfolg ist eigentlich selbst erklären, denn alles, was ihr dafür machen müsst, ist den Boss einfach normal spielen. Und ihr dürft natürlich auch die NPCs da oben nicht angeredet haben, denn jedes Mal, wenn er einen besiegt, portet er sich in die Mitte und die dürft ihr halt einfach nicht anreden. Und das ist eigentlich der ganze Erfolg. Müsst halt einfach nur hier den Boss ganz normal besiegen. Also wie wenn er hier einen Mount Tray macht für Mimirons Kopf. Und Jogsaron ist tot. Ihr habt nochmal die Chance, dass er hier aus der Kiste, wie gesagt, Mimirons Kopf loote. Das heißt, auch hier habt ihr eigentlich noch ein drittes Mount eventuell mit dabei und die zwei Protodrachen solltet ihr damit auch fertig haben. Und dann natürlich, wie gesagt, viel Glück, dass eventuell auch noch Mimirons Kopf mit dabei ist. Bisher hatten wir drei Flugmounts. Jetzt kommen wir erstmal zu einem Bootmount und zwar dem Kampfbären der Armani. Und dafür müssen wir erstmal in die östlichen Königreiche und zwar hier ganz oben zu den Geisterlanden. Am ehesten oder am schnellsten kommt er da hin, entweder in Sturmwind oder Orgrimmar, das Portal nach Schadrat benutzen. In Schadrat im inneren Kreis findet er ein Portal nach Kel-Talas, das Dienste hier oben. Und wenn ihr die Flugpunkte zumindest freigeschalten habt, dann könnt ihr runterfliegen. Ansonsten müsst ihr leider hier von unten alles hochreiten. Da haben wir ganz rechts unten im Eck Zulaman, sieht man auch wunderschön den Weg dorthin. Und das Reit hier ist ebenfalls ein 100%-Mount. Dafür braucht er hier erstmal nur Umstellen auf Heroisch und dann ab in die Instanz. Um Zulaman zu starten, braucht er einfach nur reingehen und dann findet ihr hier Vol'Chin. Und ihr könnt ihn anreden und sagen, wir sind bereit, die Tore zu öffnen. Folgt ihm dann und nach kurzer Zeit haut er hier auf den Gong. Ihr haut mit drauf und dann geht hier die Tore auf. Tore gehen auf, Gegner stürmen auf uns zu. Wir erledigen alles und sehen direkt in der Mitte oben einen Timer für die erste Opferung. Und den müssen wir einfach, ja, ja, schaffen. Also schneller sein als der Timer. Als allererstes geht es nach links oben zu Akzilon. Und da sieht man eh wunderschön die Wege, wie man hochläuft. Als erstes zu Akzilon, dann wieder runter zum Bären, zu Nalorak. Dann geht es hier einmal hinten rum zu Janalai. Dann wieder durch die Mitte und den letzten, den wir brauchen. Das ist der gute Halasi. Dann haben wir das Reit hier eigentlich schon. Wie gesagt, Akzilon ist unser erstes Ziel. Heißt alles links nach oben. Einmal den Boss hier killen. Wenn wir den besiegen, setzt sich der Timer ein bisschen nach oben. Man könnte dann hier links zum Beispiel den Bakalzu befreien. Da gibt es dann noch Bonus-Loot. Aber das interessiert uns in dem Fall nicht. Wir sehen, wir können den Trash einfach wegbomben. Und als nächstes geht es zum Bären-Boss. Ganzen Trash zu ihm erledigt. Dann steht er hier ganz oben. Wartet auf uns. Können wir wieder einfach oben hauen. Hier wird es ebenfalls wieder Bonus-Loot geben, indem man hier oben einmal den Haslek befreit. Der macht dann hier die Kiste auf. Aber jetzt einfach links herum und dann hier wieder komplett vorbei dem Weg folgen Richtung Janalai. Janalai ist der Feuerboss hier oben. Auch den können wir wieder ganz einfach instant hier erledigen. Wenn der tot ist, könnte man auch wieder Bonus-Loot holen. Da ist nämlich hier unten nochmal jemand im Käfig eingeschlossen und macht dann hier drüben einmal die Kiste auf. Jetzt allerdings können wir hier runterspringen. Da kommt man dann nicht mehr zurück hoch. Wir sehen schon, da ist die Treppe abgebrochen. Und jetzt geradewegs geht es ein bisschen voran. Und dann kann man hier nicht gerade einfach durchgehen, sondern wir müssen hier rechts komplett außenrum einmal dem Weg folgen, damit wir zu Halasi gelangen. Und Halasi ist wie gesagt unser letzter, den wir noch brauchen. Wir sehen, wir haben mehr als genug Zeit, das Ganze hier durchzulaufen. Noch 20 Minuten. Wenn wir den hier gekehlt haben, kriegen wir den Erfolg Tunnelblick. Wenn wir den Erfolg haben, dann gehen wir hier wieder zurück zu Kascha. Und da klicken wir einmal drauf und lassen sie hier einmal durch die Gegend laufen. Die läuft dann hier ein bisschen im Kreis durch die Gegend und zum Ende dann hier zu dieser Vase hin. Hat sie dann im Eck die Vase zerstört, kommt hier Kaschas Tasche raus und in der Tasche befindet sich der Kampfbär, der Amani zu 100%. Und damit habt ihr ein Mountmeer. Habt ihr Probleme dabei, den ganzen Dungeon hier durchzulaufen, dann findet ihr ebenfalls in der Videobeschreibung ein altes Video von mir sogar, da habe ich sogar noch volle Haare, glaube ich, wo man den Bären halt genauer sieht, wie man dann abholt, was ihr die einzelnen Wege vielleicht nicht finden solltet. Vom Bär zum Forsch holen wir uns jetzt als nächstes den Waldschlucker. Das ist dieses schicke Fröschlein. Den gibt es in den Schattenlanden und zwar müsst ihr euch dafür erstmal in den Artenwald begeben. Im Artenwald benötigen wir jetzt erstmal ein Item und zwar nennt sich das, wo haben wir es denn hier, genau, ungewöhnlich großer Pilz. Der hält allerdings nur 15 Minuten in eurem Inventar an. Könnt ihr in verschiedenen oder eigentlich im ganzen Gebiet gedroppt bekommen. Die beliebtesten Farmspots sind einmal hier unten beim Dunkelvorstoß oder alternativ hier, wo ich stehe, das ist hier beim Herzholzhaien. Da könnt ihr einfach die ganzen Mobs farmen und könnt halt diesen Pilz abweiten. Ebenfalls sehr oft gedroppt ist er auch in Nebel von Tiernaskai. Das heißt, wenn er vielleicht gerade in den Dungeon läuft, habt ihr eventuell den Pilz im Inventar. Ansonsten stehen wir, wie gesagt, hier oben und hauen erstmal alle von diesen Mobs um. Solange bis wir den Pilz gedroppt kriegen, der ist etwa bei einer 3% Dropchance. Wenn er lucky war und der Pilz dann gedroppt ist, bei mir hat das jetzt so circa 10 Minuten gedauert, beim Herzholzhaien oben und dann geht es hier ganz rüber und zwar bei Traumsagen-Fan. Da seht ihr, über dem T direkt geht es in so eine Nische rein, das sieht man hier. Und da ist dann ein kleiner feuchter Lehmhaufen. Der muss nicht unbedingt immer da sein. Wenn ihn gerade jemand beschworen hat, dann ist er eine Zeit lang weg, so circa 15 Minuten. Deswegen kann es dann knapp werden, weil der Pilz nur 20 Minuten im Inventar bleibt. Aber eins sei noch gesagt, eventuell, wenn er wirklich schlechtes Gear hat, also vielleicht nur 130 Item-Revel, dann braucht er eventuell einen zweiten Spieler. Ansonsten soll es eigentlich mittlerweile ziemlich einfach alleine gehen, den oben zu hauen. Denn ihr pflanzt das einmal ein und dann lasst er einmal kurz das Ding hier wachsen. Der kommt auch schon raus, der gute riesig und wie gesagt, eventuell braucht er jemanden dafür. Sobald ihr ihn einmal beschworen habt, bleibt er hier auch stehen. Heißt, ihr könnt euch also Hilfe suchen anhand vom Allgemein-Chat oder ihr sucht einfach im Suche nach Gruppetool für den Mount Rare im Ardenwald. Ansonsten könnt ihr nämlich auch alleine verprögeln. Hat ihr 1,1 Millionen HP, macht aber jetzt nicht so viel Damage. 1.600 Erhit, sollte ich also mit 200 Item-Level eigentlich nicht wirklich viel Problem haben, den Down zu kriegen. Ansonsten einfach hier seinen Fähigkeiten ausweichen. Und wenn ihr den guten Riesig hier erlegt habt, den ihr mega pilt, dann könnt ihr einfach reinplündern. Und da befindet sich zu 100% der gute Waldschlucker drinnen, insofern ihr das Mount halt noch nicht besitzt. Wir bleiben jetzt noch ganz kurz im Ardenwald, denn hier gibt es noch ein sehr schick frisiertes Einhorn. Das ist hier der Schimmernebelläufer. Das sieht wirklich sehr, sehr cool aus. Ich mag die Farben wirklich von der Haarpracht auf der Seite einmal runter. Das kann tatsächlich auch fliegen. Das heißt, das ist ein Bodenmount als auch ein Flugmount zusammen. Für dieses Reitier müsst ihr euch wieder, wie gesagt, in den Ardenwald begeben. Am besten hier zum Flugpunkt von Wurzelheim. Und dann einmal seht ihr hier diesen ganz schmalen Weg auf der Karte. Der führt nämlich hier auf der Seite rein. Da, wo dieser Baum umgestürzt ist, ist er ausgehüllter, der als Brücke dient. Und da geht es mehr oder weniger los. Das heißt, ihr kommt hier einmal rein und dann lauft er hier durch. Und auf der Seite hier, gleich links, wenn er reingeht, da seht ihr hier eine kleine Tafel hängen. Diese Tafel klickt ihr unbedingt einmal an. Und erst, wenn er sie angeklickt hat, dann geht es weiter. Solltet ihr hier einen Fehler machen beim Labyrinth, dann müsst ihr wieder zurückgehen und müsst erneut hier einmal die Legende des Dickichts lesen, damit das hier wieder von vorne anfängt. Ziel ist es einfach nur, den blauen Lampen hier einmal zu folgen. Das heißt, wir sehen ja links schon eine von den blauen Lampen. Wollen also hier geradewegs weggehen und gehen hier ins Labyrinth rein und sehen hier diese blauen Lämpchen. Aber nicht verwirren lassen, denn hier sind auch so leicht lila Lämpchen. Da wollen wir nicht hin. Jetzt in dem Fall drei Wege. Beim einen sehen wir blaues Lämpchen. Das heißt, hier wollen wir reingehen und dann geht es hier mehr oder weniger immer weiter. Hier wieder blaue Lampe. Wir wollen einmal hier durch und hier wäre der erste, ja, Bait mehr oder weniger, denn das hier oben ist so eine leicht rosa-lila Lampe. Wir wollen allerdings hier zur linken, denn da ist die blaue Lampe, die uns hier weiterführt. Auch hier wieder sehen wir einmal so rosa, hier so rosa, hier allerdings blau. Das heißt, wir gehen hier wieder bei blau einmal durch und hier gleich wieder. Wieder rosa, hier rosa, hier auch rosa. In dem Fall hier hinterm Kranich versteckt sich das blaue. Können wir hier wieder einmal durchgehen. Und dann zu guter Letzt müssen wir nur gerade durch, denn wir sind hier hinten dabei versteckt. Nochmal das Licht. Haben wir das geschafft und alles richtig gemacht. Dann sollten wir hier das Pferdchen sehen und den guten Mob hier. Den müsste er wieder umhauen. Auch der hat nicht allzu viel HP. 342.000 sollte wieder locker solo machbar sein. Einfach alles unterbrechen, was er macht und ansonsten ein bisschen gegenheilen. Er macht nicht wirklich viel Schaden. Deswegen einfach umpumpen. Solltet ihr einen Fehler gemacht haben und der gute sich nett vor euch befinden, dann wieder zurück zu dem Zettelchen. Zettelchen nochmal anklicken und dann habt ihr das relativ fix abgeschlossen. Wenn ihr ihn erlegt habt, dann seht ihr schon, ihr könnt den Schimmernebelläufer jetzt anklicken. Und wenn er ihn anklickt, dann habt ihr ihn gezähmt. Und damit kriegt ihr das Reitjahr auch zu 100%. Und ein Reitjahr aus dem Ardenwald, das gönnen wir uns noch. Und zwar die wildsamen Wiege. Einfach weil es auch nochmal was anderes ist und sehr sehr einfach zu kriegen ist. Das ist hier dieses Blatt mit dem Holzgestell. Da sitzt man einfach drinnen und kann auch hier ganz normal mit dem Ding auch durch die Gegend fliegen. Damit ihr an das Reitjahr kommt, müsst ihr euch erstmal hier unten und zwar links vom Herz des Waldes begeben. Da seht ihr diesen kleinen Garten hier. Und in dem Garten befinden sich mehrere Gegenstände, die wir plündern müssen, um bei Tiernaval dann hier eine Kiste zu öffnen. Denn nur wenn wir das alles kombinieren, dann können wir eine Kiste aufmachen. Das heißt, für die bessere Verständnis, wir sind hier am Anfang beim Eingang in den Garten hier. Wir sind da oben im Herz des Waldes. Hier geht es einfach alles runter den Weg. Und wenn ihr hier reinkommt, direkt auf der linken Seite, da befindet sich hier diese Schale und innerhalb da ist dieser kleine Gärtnerkorb. Das heißt, das erste was wir aufsammeln, ist hier der Gärtnerkorb. Haben wir den Gärtnerkorb, dann geht es gleich weiter und zwar einmal da nach unten. Da befindet sich nämlich so ein zerstörter Kahn. Und auf diesem Kahn, da haben wir so kleinen Holzhammer, den Gärtnerhammer. Auch den nehmen wir wieder ganz einfach mit. Vom Wagen aus könnt ihr entweder direkt nach oben fliegen, wenn ihr fliegen könnt oder ihr läuft hier rechts entlang einmal den ganzen Weg hier hoch, denn ihr könnt dem Weg einfach folgen und wenn ihr dem Weg gefolgt seid, dann befindet sich hier oben so ein kleines Buch und auch das Buch, das packen wir einmal ein. Dann könnt ihr wieder hier runter springen, denn das nächste Item, das befindet sich wieder hier unten am Boden. Hierfür müsst ihr vermutlich, wie ich, erstmal ein paar Gegner aus dem Weg räumen, aber hier bei dieser kleinen Knospen daneben, da finden sich die Gärtnerflöte, die liegt auch hier am Boden. Vielleicht sieht man das gerade ein bisschen schwer, aber hier in der Mitte ist das Riesenbaum und von da oben sind wir runtergesprungen. Das heißt, hier sind wir gerade runtergesprungen und dann ist hier die Flöte mit am Boden. Und am Baum befindet sich dann noch unser letztes Item, beziehungsweise hier drüben bei dem Kahn wieder. Und dafür müssen wir ebenfalls nochmal hier kurz ein paar Gegner schlagen. Aber das erledigt, dann sehen wir unter dem Kahn, da liegt so ein kleiner Stab. Den Stab, den schnappen wir uns einmal. Haben wir diese Gegenstände alle, dann können wir sie einmal kombinieren. Und wenn wir sie kombiniert haben, dann kommt hier das Glitzersternchen, das Gärtnerwerkzeug dabei raus. Jetzt geht es zurück und zwar hier ganz nach oben zu Tiernaval. Wenn ihr in Tiernaval beim Flugpunkt hier angekommen seid, dann ganz einfach hier einmal runter springen, denn unterhalb des Flugpunkts, da befindet sich hier, wo ist sie, da ist sie, Glitzersternchen. Glitzersternchen könnt ihr anreden. Sagen ihr, ihr habt euer, oder ich habe euer Gärtnerwerkzeug gefunden. Dann switcht ihr die ganze Atmosphäre ein bisschen dunkler. Dann ist hier so ein kleiner Ruhe des Mondes. Könnt ihr wieder reinloten. Und auch hier, wenn ihr das Reitier noch nett habt, ist es zu 100% drinnen. Das war jetzt glaube ich mal genug Gartenwald. Jetzt geht es erstmal auf nach Mists of Banderia, denn jetzt wollen wir mal so einen kleinen Dinosaurier uns auftreiben. Und davon gibt es nicht nur einen, sondern gleich vier Stück auf einmal, die ihr euch allesamt hier erarbeiten könnt. Wo müssen wir denn genau hin? Und zwar geht es auf die Insel der Riesen. Das heißt Pandaria, dann hier Kun Lai und dann könnt ihr hier rüberfliegen. Da habt ihr so eine kleine Insel, nennt sich Insel der Riesen. Könnt ihr einmal rüberfliegen, könnt euch rechts oder links Horde oder Allianz Flugpunkt einmal gleich mitnehmen. Hier angekommen, seht ihr, dass hier eigentlich ziemlich viele Dinosaurier rumstehen. Vor allem da oben, beziehungsweise auch hier unten hat sich gerade einer umgehauen. Und diese kann man ganz einfach farmen. Was diese droppen? Das sind Ureier und in den Ureiern können sich drei Reittiere befinden. Ich habe aber vier gesagt, denn es gibt noch ein zusätzliches Reittier anhand von den riesigen Dinosaurierknochen. Die Reittiere, die ihr abholen könnt, könnt ihr hier einfach suchen und zwar unter Uraptor. Da seht ihr nämlich schon alle zusammen. Einmal haben wir hier den Knochenweißen Uraptor. Den gibt es, indem ihr euch 9999 von diesen Knochen besorgt. Oder aber ihr gambelt mehr oder weniger in den Eiern, die dort droppen können und habt hier die Chance auf drei verschiedene. Aber Achtung, man kann tatsächlich mehrmals das Gleiche ziehen. Die Eier sind allerdings letztes Jahr selten. Einziger Nachteil, sobald ihr eins habt, müsst ihr erst drei Tage warten, bis diese droppen. Der Bonus dafür ist aber, ihr könnt alles gemeinsam farmen. Denn ihr könnt euch einfach hier auf die Insel begeben und dann haut ihr hier einfach die ganze Zeit alle Dinosaurier rum, vor allem die ganzen normalen Elite-Dinos, die ihr so rumstehen seht und habt überall die Chance, dass ihr erstens die Knochen erbeutet, das sowieso von jedem Dino und ihr könnt die Ureier looten. Denn ihr seht schon, wir haben hier eins dieser Ureier mit am Start. Da könnt ihr alle drei Tage eines farmen, denn ihr seht ihr einzigartig. Das heißt, ihr könnt sie auch nur einmal im Inventar mitnehmen und die könnt ihr euch einfach aufbehalten. Habt ihr dann drei Tage gewartet, macht das auf und mit viel Glück habt ihr natürlich eins der Reittiere drin, das euch noch fehlt. Wenn ihr noch gar keins habt, könnt ihr ja nur eins drinnen haben, was euch noch fehlt. Und ansonsten kriegt ihr hier die ganze Zeit die Knochen. Die Knochen könnt ihr aber auch ganz einfach kaufen, denn ihr könnt auch jederzeit im Auktionshaus nachschauen, was diese Dinosaurierknochen gerade kosten. Wir sehen, hier sind gerade 422.000 Stück im Haar, ein Gold das Stück. Das heißt, wenn wir hier 9999 brauchen, wäre das Mount für 11.000 Gold auch zu holen. Das heißt, ihr könnt entweder einfach die Knochen selber farmen und jedes Mal, wenn ihr so ein Ei organisiert, einfach die Knochen aufbehalten. Oder Alternative, ihr wollt Gold farmen und wollt die Knochen überhaupt verkaufen. Oder aber ihr habt genug Gold und wollt euch das einfach gönnen. Habt ihr nämlich diese Dinger, dann könnt ihr euch hier zum, ja, ganz nach links begeben hier. Auf der Karte, da seht ihr nämlich diese kleine Höhle hier. Und in dieser Höhle, da findet ihr den guten Kummer. Der, sehen wir schon, da können wir einfach die ganzen Knochen hinbringen. Ein Berg riesiger Dinosaurierknochen und wenn wir ihm hier 9999 auf einmal geben, dann kriegen wir direkt das Reiti von ihm. Ja gut, ich meine, ein Wolf muss sowieso sein. Das heißt, einen Wolf holen wir uns auch noch mit dazu. Und das ist kein geringerer als Nachtheuler der Garn. Dafür müsst ihr euch nach Drenor begeben. Das heißt, hier in Drenor findet ihr einmal den Frostfeuergrat und ganz links auf der Seite, in der Nähe von Vorgol, hier ganz links, da seht ihr, dass hier ziemlich viele Wölfe in der Gegend rumchillen. Hier unten sind Bar, hier läuft einer gerade rum und bei diesem Bäumchen, da schläft ein ganz großer Wolf und das ist kein anderer als Nok Karosh und den kann man mit Level 60 jetzt mittlerweile eh schon einfach One-hitten. Und wenn man hier reingeht, dann kann man hier einfach easy-peasy Nachtheuler der Garn abholen. Ein Bargold hat man immer locker und ein Bär mit so einer cooler Brille und so einem wunderschönen Grinsen, da kann man natürlich nicht Nein sagen, denn diesen Bären könnt ihr euch einfach abholen in Dalaran. Entweder im neuen oder alten Dalaran, das heißt in dem Norden oder in der verheerten Küste. Und wenn ihr dort angekommen seid, dann befindet ihr bei der Hordenseite, seht ihr hier die Hordenflaggen, da habt ihr den Pet Store und vor dem Pet Store, da befindet sich May of Francis und hier könnt ihr ganz einfach einkaufen, denn dann kriegt ihr für gerade mal 675 Gold, sofern ihr Ruf bei den Kirin Thor habt, den Bären. Ansonsten kostet er 700, 800 Gold um den Dreh, wenn ihr keinen Ruf habt, aber ich glaube 800 Gold kann jeder entbären ohne irgendwelche Probleme. Ansonsten gibt es hier natürlich noch mehrere Mounts, aber das was uns interessiert, das sind hier die Zügel des gebanzerten Braunbären, einfach weil es ein sehr sehr schicker cooler Bär ist. Unser Weg führt uns jetzt nach Legion und zwar genauer gesagt auf Argus, denn auf Argus, da können wir uns ein sehr sehr schickes Mount holen, das ist ein Talbuk, der ein bisschen vom Fell infiziert wurde und damit ein bisschen vertorbener aussieht als die normalen Talbuk, die man vielleicht aus der Scherbenwelt noch kannte. Als erstes mal, wie kommt man überhaupt nach Argus? Viele, die vielleicht neu angefangen haben, wissen gar nicht, was Argus überhaupt ist und zwar, dass ist hier so ein Bonusgebiet in der verheerten Insel, also das haben wir verheerte Inseln und dann haben wir hier Argus. Wie kommt man nach Argus hin? Damit ich das Video hier nicht länger rauszögere, ihr könnt einfach unten in der Videobeschreibung auf die Guide klicken, wie man die leeren Elfen bzw. die lichtgeschmiedeten Trainer freischaltet, da ist nämlich eine Erklärung 1 zu 1, wie ihr auf Argus kommt, somit habt ihr da keine Probleme, wenn ihr da nochmal reinschauen möchtet. Auf Argus angekommen, brauchen wir für dieses Mount nur eines machen und zwar Dämonen töten. Für dieses Reitier müsst ihr insgesamt 2000 Dämonen töten, denn das braucht hier einen Erfolg und dieser heißt, und um Mana Brötchen zu essen. Da können wir einfach reinschauen, hier bei Erfolge, geben wir einfach Mana Brötchen ein und da sehen wir schon, und um Mana Brötchen zu essen, da gibt es mehrere Erfolge, am Anfang 100 Dämonen, 500 und dann 2000. Für 2000 Dämonen kriegen wir also das Reitier, wenn ihr dann noch weitermachen wollt und 5000 gilt, kriegt ihr auch noch den Titel Dämonen töter. Wo macht man das am besten? Und zwar begebt ihr euch am besten auf Krokun, also der ersten Zone und wenn ihr euch von der Windika direkt runter teleportiert, seid ihr hier beim Krokul-Lager und da kommt ihr hier diesen kleinen Weg nach vorne und seht ihr schon, dass ihr einige von euren Verbündeten mehr oder weniger hier die Dämonen in Schach halten. Und alles was ihr machen müsst ist, alle Dämonen one-hitten, denn die sterben ja sowieso instant und aus dem Portal kommt hier immer wieder was Neues raus, das heißt, wenn ihr die hier killt, könnt ihr auch irgendwann hier vorne einfach im Portal stehen bleiben und könntet hier die ganze Zeit rein spammen oder immer mal wieder eine Runde drehen und hier alles clearen oder halt immer schauen, dass ihr hier weiterfarben. Ein kleiner Tipp noch nebenbei, ihr könnt das auch mit einer Gruppe farben, am besten aber nur eine 5-Mann-Gruppe, denn in einem Schlachtzug würden nur die Mobs für das Achievement zählen, die ihr auch selber erledigt habt bzw. angehittet habt. In der 5er-Gruppe allerdings hingegen, wo kein Schlachtzug ist, da habt ihr es ein bisschen einfacher, weil da sind alle Mobs, die hier gekillt werden. Wenn also ein Kollege da drüben beim Portal steht und ihr hier, dann seid ihr zu zweit eigentlich schon mehr als fix unterwegs hier und habt ihr es in, ich würde beschätzen, 20 Minuten um den Dreh, sollt ihr das eigentlich fertig gefarmt haben. Einen Drachen wollen wir natürlich auch noch haben und zwar nicht nur einen, sondern gleich zwei und zwar sind das zwei Drachen aus derselben Raid-Instanz, die ebenfalls zu 100% drinnen sind. Das ist einmal die orange Variante als auch die blaue Variante, also einmal der Schwarzdrache und einmal der Zwielichtdrache, die ihr wie gesagt beide zu 100% bekommen könnt, allerdings nur einen pro ID, denn wenn ihr nur einen Charakter zur Verfügung habt, dann könnt ihr natürlich nur einmal reingehen pro Woche, das heißt jeden Mittwoch setzt das Ganze zurück, habt ihr zwei Charaktere, könnt ihr mit einem reingehen im 10er-Modus und mit einem im 25er. Was meine ich damit? Als erstes Mal, wo muss ich überhaupt hin? Nach Norden geht die Reise zurück und zwar hier in die Drachenöne. In der Drachenöne befindet sich der Wirmroh-Tempel. Beim Wirmroh-Tempel geht auch dieser riesengroße Weg unten rein und da begeben wir uns auch hin und dort könnt ihr dann einmal umstellen, denn ihr habt hier auf eurem Porträt die Option Schlachtzugsschwierigkeitsgrade einzustellen. Normal heroisch Mythic macht hier keinen Unterschied, das heißt egal was da eingestellt ist, wichtig ist nur 10er oder 25 Spieler. Im 10-Spieler-Modus gibt es den Orangen, also den Schwarzdrachen und im 25-Spieler, da gibt es den Zwielichtdrachen. Entscheidet euch also, welchen von den beiden ihr abholen wollt und dann geht es einfach geradewegs durch in das Portal, das hier wie gesagt, ja, das einzige ist, was gerade ist, mehr oder weniger. Ansonsten da drüben wäre nämlich noch Halion, da wollen wir allerdings nicht rein, sondern wir wollen hier rein. Im Raid angekommen, komplett simpel, der Raid ist eigentlich nur ein einziger Boss hier in der Mitte und ihr braucht hier eigentlich gar nichts zu beachten. Einfach komplett geradewegs durch und einen guten Sartarion hier in der Mitte umhauen und damit habt ihr eigentlich auch schon alles erfüllt, was ihr erfüllen müsst, denn das Reitier befindet sich dann hier in der Box, nachdem ihr den ganzen Trash gekehlt habt, der jetzt auf euch zugestürmt kommt und dann, wie gesagt, einfach in die Box reinloten und da sehen wir schon Zügel des Zwielichtdrachen und damit hätten wir halt, ja, mehr oder weniger die nächsten zwei Mounds abgeholt hier drin. Wir bleiben noch in Norden, denn hier können wir uns auch noch zwei Mammuts abholen und zwar zwei Eismammuts. Da können wir einfach reinschauen und zwar hier Söhne Hodes eingeben und da sehen wir schon, wir haben einmal das Eismammut als auch hier das große Eismammut. Ihr seht aber schon, ihr müsst ein bisschen Gold mitbringen. Das große kostet nämlich 10.000 Gold, 9.000, wenn ihr erfüchtig seid und das kleine kostet 1.000 Gold oder 900 Gold, wenn ihr erfüchtig seid. Wie holt man sich dieses Reitier? Und zwar mein idealer Tipp dafür ist, ihr könnt das in 30 Minuten abschließen, wenn ihr ganz einfach darauf wartet, dass das nächste Mal WOTLK Zeitwanderung ist. Wo kann ich das sehen? Und zwar ich kann jederzeit hier rechts oben auf den Kalender drücken und am Kalender sehe ich hier bei den Bonusereignissen immer, was sich gerade für Bonusereignisse befinden. Sind immer Mittwoch neu. Und das sehen wir schon zum Beispiel, hier ist gerade Timewalking Pandaria. Das heißt, wir würden raussuchen, wann das nächste Mal WOTLK Zeitwanderung ist. Und wenn das ist, dann ist nämlich ein Buff aktiv, wie das hier bei Pandaria gerade. Das heißt, ihr kriegt 50% mehr Ruf durch Quests. Wenn ihr also noch warten möchtet, dann könnt ihr natürlich auch warten, denn ihr könntet ganz einfach die ganze Questreihe beenden. Beendet ihr die, steigt ihr instant mit R für sich aus, wenn das Zeitwanderungsevent aktiv ist. Ist das ein netter Fall, dann müsstet ihr danach noch tägliche Quests machen, um den Ruf so nach oben zu arbeiten. Das heißt, auf jeden Fall warten, bis das Event am Start ist. Was muss ich dafür machen? Und zwar, ihr begebt euch nach Nordend in die Sturmgipfel und zwar zum K3. Das ist diese kleine Base hier. Beim K3 selber, da geht ihr einfach einmal hinein und die ganze Questreihe startet hier bei der guten Kretchen-Zischelfunk, dass ich es rausbringe. Da könnt ihr hier Ausrüstungsbeherrung annehmen und folgt dann immer den Quests, die sie erstens, die sie euch gibt und dann einfach der Questreihe folgen, wie sie euch weiterleitet. Solltet ihr Probleme haben, in der Videobeschreibung ist ein Video verlinkt, das beschreibt 1 zu 1 jede einzelne Quest, das ihr abschließen müsst, damit ihr zu diesen Reittieren kommt. Denn, wie gesagt, das ist sehr, sehr einfach abschließbar, in 30 Minuten machbar und wenn VOTLK Timewalking ist, seid ihr direkt ehrfürchtig für zwei weitere Reittiere. Und zum Abschluss haben wir noch vier Reittiere, die man sehr, sehr einfach bekommt und zwar über den Brogress in Shadowlands selber. In Shadowlands, wenn ihr vielleicht noch nie dort unterwegs wart, weil ihr komplett neu seid oder weil ihr überhaupt dann erst mit Dragonflight angefangen habt, ihr könnt euch jederzeit für Shadowlands entscheiden, wenn ihr dort Questen möchtet. Und wenn ihr in Shadowlands questet, dann entscheidet ihr euch im Laufe der Quest-Experience für einen Pakt. Diesen Pakt könnt ihr jederzeit ändern und zwar hier bei der Enklave in Oribos, das heißt in der Hauptstadt von Shadowlands selber. Und in der Enklave könnt ihr hier jederzeit mit den NPCs reden und euren Pakt frei hin und her wechseln, wie ihr das möchtet. Bei eurem Pakt selber habt ihr hier das Pakt Sanctum, beziehungsweise eure Romstufe. Die Romstufe erhöht sich durch Weltquests, durch verschiedene Bosskills innerhalb der Schattenlande, das heißt im Dungeon oder in Schlachtzügen oder auch durch jeglichen anderen Content, wie zum Beispiel, dass ihr hier diese Kisten abschließt, die Berufungen. Da kriegt ihr überall Romstufen oder auch in Torgast und so weiter und so fort. Diese Romstufen, die ihr dort erhaltet, die ermöglichen es euch, ein Reittier zu bekommen oder genauer gesagt eigentlich vier Reittiere. Das erste Reittier, was man damit holen kann, das ist für die Nachtfee und zwar der Ardenwildling. Das ist diese sehr, sehr pelzige Schlange. Wenn ihr euch den Necrolords anschließt, also in Maldraxxus, dann gibt es hier die Maldraxxische Leichefliege mit den sehr, sehr knalligen, orangen Augen. Für alle Kyrianer gibt es den Elisischen Achillon. Das ist dieser fast schon roboterhaftige, ja, mehr oder weniger Adler oder Greif oder so irgendwas in der Art oder fast so katzenmäßiges Gesicht irgendwie, kommen wir fast vor. Definitiv auch ein sehr, sehr schickes Ding. Oder aber ihr befindet euch bei den Ventir und kriegt hier die Grabschwinge von Sündensturz. Wie kriege ich die? Und zwar ganz, ganz simpel. Alles, was ihr machen müsst, ist wie vorher schon erwähnt, Ruhmstufen erarbeiten. Und wenn ihr 45 Ruhmstufen erreicht habt, dann werdet ihr hier automatisch mit dem Reittier belohnt. Seht ihr auch hier, dieses Reittier befindet sich dann in eurem Inventar und kann ganz einfach erlernt werden. Solltet ihr überhaupt weitergehen und mit einem Charakter Ruhmstufe 80 erreichen, dann könnt ihr was besonders Einfaches machen, um so mehr oder weniger Zeit zu sparen für diese Reittierer, wenn ihr erst vielleicht bei einer von den vier Pakten die Ruhmstufe erarbeitet habt. Das müsst ihr bei jedem Pakt einzeln machen. Dann könnt ihr in Oribos einfach hier zu so einem Teleporter gehen. Teleportiert euch einmal nach oben. Bei dem Teleporter oben findet ihr dann auf der rechten hinteren Seite, das heißt hier, einen Flugmeister. Und wenn ihr einmal Ruhmstufe 80 erreicht habt, dann könnt ihr euch hier ganz einfach ein Item kaufen für 500 Gold. Und das pusht eure Ruhmstufe direkt auf 60 bei den anderen Pakten. Das heißt, ihr müsst das dreimal kaufen. Wechselt einfach den Pakt, benutzt das Item, zack, habt ihr das nächste Reittier. Und damit könnt ihr euch gleich vier von den Pakt-Reittieren abholen. Und das war's damit erstmal. Das waren so 20, 23 Reittiere, sowas um den Dreh, die ihr relativ einfach bekommen könnt. Und ich hab darauf geachtet, dass es wenigstens ein paar verschiedene sind, so dass man ein paar verschiedene Typen hat an Mounts, die man regelmäßig auswählen könnt. Wenn euch das gefallen hat, dann wähl mal gerne, lasst es mich wissen und in den Kommentaren. Und wenn ihr vielleicht den nächsten Part haben wollt, vielleicht noch mit weiteren Reittieren. Wobei es gibt halt nicht so viele, die zu 100% droppen. Aber ihr könnt mich gerne in den Kommentaren wissen lassen, was euch da am ehesten interessiert. PvP-Mounts oder vielleicht aus anderen Spielkategorien oder wo ich nur eine kleine Gruppe brauche. Und so weiter und so fort. Könnt ihr mir gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten viel, viel Dank fürs Reinschauen. Ich hoffe, dass euch geholfen und gefallen hat. Wenn ja, Däumchen nach oben. Vergesst nicht mehr auf meinen Social-Media-Netflix-Folgen. Alle Links sind mir unten in der Videobeschreibung. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video oder im Livestream. Bis dahin, haut da rein. Ciao. Ciao.